Sieht interessant aus ich weiß ich gar nicht ob Moment Katzen Katzen das gut er weiß jetzt nicht ob wir jetzt die Böden haben aber ich glaube nicht Wolfsfetzer St Bolzen baue ich auf jeden Fall nicht das wäre schon die ganz Böden Klo um eine Kante behalten ich habe noch genug er sieht die er muss ich erstmal wohl zehn Erfahrungspunkte in um ich glaube ich in Schickigkeit ja wir sind Level 10 das bedeutet seltener mal gucken was Prozent Wolfsfetzer vielleicht hat er neue Sachen oder so keine Ahnung man weiß ja nie weiß ja nie vielleicht nein der den habe ich ja schon kaputt geschlagen er ist ja kein Händler oder so aber wie viel erzange er 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 muss glaube ich genügend für schwer und seltener ist zum glaube ich zumindest so täglich den gar nicht muss noch auch das vielleicht brauchen wir auch nicht wann ist nächster Level ab 100.000 ich hätte jetzt so gerne Bogen in alles in Bogen investiert aber nein ich muss noch warten ich muss noch warten hallo man alle Torwache speichern was sein muss muss sein Leute vielleicht liegt das ein auf aber so fühle ich mich sicherer so ist das halt das das lebt die der Hohensohn 7 das ist auch keine große Klappe mehr gut gehen wir erstmal zum Wort da kann erzählen in allem ist dann gehen wir zuletzt erzählen alles ja und dann werden wir seltener hallo mann ihr blutet aus den Arsch gewohlen Söhne morgen 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 hallo wegen der Sektensache jawohl das gibt's die große Beschwörung hat stattgefunden nein du machst bei dem Schwachsinn mit ich bin neugierig was dabei rauskommt ich auch sag mir Bescheid wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben äh haben sich leider nicht manchen haben die sich leider nicht hallo äh gehen wir zulässer ich höre nicht mehr die haben sich nicht blamiert doch eigentlich schon die haben sich blamiert aber da ist sogar was rausge- äh gekommen Montag meinte bestimmt ah da passiert nix voll die Hurensöhne ah da ist doch was passiert Roscoe hat er schon immer einen Brunk gehabt Laris Laris hör auf zu Quill- äh Walm okay ich will mich verbessern äh erstmal Geschick und jetzt mhm das ist wirklich nicht mein Problem ich weiß nicht ob ich jetzt in ähm stärker ein bisschen investieren soll aber ne ich denke ich bin auch so stark genug du siehst ganz schön ungelenkig aus ich könnte dir helfen merkt euch den Namen ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen Akrobatik Akrobatik wenn du deinen Körper du lernst dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen aber denk daran du bist nicht unsterblich auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern viel Glück siehst du habt ihr gehört ne guckt euch das an zack 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 ich will erstmal Söldner werden zack 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 so geht es einfach viel schneller ich gebe dir eine Chance was meinst du ich will Söldner werden ich will Söldner werden eine gute Entscheidung du wirst sie nicht bereuen sag mir eins warum warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft das kann ich dir sagen ich wollte von Anfang an die Freiheit wir werden uns unsere Freiheit zurückholen willkommen Söldner danke welche Rüstung haben wir bekommen da die gleiche das ist die gleiche Söldner Rüstung nur stärker hallo ach ist das geil ich brauche eine bessere Rüstung die Rüstungen aha gib mir die Sch*** du bist noch nicht so scheiße hm diese Rüstungen ok haben wir erstmal schon mal die Mitte die ist viel viel besser ja viel viel besser und sieht auch ein bisschen nicht nach unserer alte Rüstung aus jawohl wir sind jetzt seltener meine Freunde höh 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 man muss eben aufreißen lassen rumerzählen seht ihr wie ich rum springen kann gorn ich bin auch jetzt seltener hallo aber heizwürdig man muss alles interessiert bis später dass ich seltener geworden bin ok hoppala mitten in Wolfsfeste tauschen handelst du noch mit was anderem ich kaufe und was hast du jetzt so schönes für uns aber na unser ist besser viel viel besser ich brauche noch ein bisschen Gold alter der hat 21 Erz hat er viel und was ist das ich halte mich da lieber raus ich halte mich da lieber raus nicht gut gut Respekt das kann jetzt ein bisschen dauern aber das macht ja nichts wir haben ja viel Zeit auch vor Ort ist das Langwein das 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 dann ich würde ich würde das dann das gleicher ist geschafft denn sogar zu viel Jep Also Ich hoffe es hat euch viel Spaß gemacht Und ich mache hier jetzt mal an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns nächste Woche Tschüsschen Pöpöch